Ich sag mal, das ist ein Fußball. Nee. Zieht jeder eins. Es gibt immer so weiche Sachen. Das wird ja ein Trikot sein wahrscheinlich, oder? Aber ein Trikot ist es auf keinen Fall. Es ist zu groß. Ein Schal ist es... Keine Ahnung. Fühl mal hier. Die Ecken sind ja tot. Da ist ja nichts Hartes. Da ist ja alles weich hier. Ich würde sagen, ein Trikot. Nein, für ein Trikot ist es glaube ich... Ein Trikot ist es nicht. Das hast du erst mal. Machst du erst mal was? Nee, komm mal dazu. Ja, ich habe schützige Finger. Das ist... Entweder ein Kleidungsstück... Das könnte ein Schal sein, oder? Naja. Boah, das ist auch fies, ey. Das ist ein fieses Ding, ey. Das ist ein fieses Ding, ey. Irgendwas Weiches. Das könnten ein Kissen sein, was ihr zusammengeknüllt habt. Hör jetzt mal. Nee, ist kein Schal. Das ist zu fest für einen Schal. Ja, das ist ein bisschen fest. Kann ja sein, dass das... Ist das was aus dem Fanshop? Alles aus dem Fanshop. Ein Schal? Mhm. So hast du dich eher. Komm, nochmal ein Schal. Fühl mal nochmal. Aber ein Schal ist dafür zu klein, oder? Vielleicht sind es zwei. Wenn du den so einrollst. Ja, aber ich meine, wenn du den einrollst, dann ist der schon ziemlich... Ja, das stimmt. Boah, das Ding ist schwierig. Hier auch alles weich. Bist du aufgeregt? Nee, ich guck mal. Kann man wissen, dass du... Ja, ich bin aufgeregt, weil ich nur in dir sitz. Vielleicht so ein komplettes Winterpaket mit Mützelschal? Schau mal was, bitte. Sieht auch nicht kaputt, ne? Was nehmen wir? Wir nehmen... Kann man einen Pulli? Ja, das ist kein Pulli. Das ist zu klein. Nehmen wir einen Schal, oder? Ja, komm, wir nehmen einen Schal. Schal? Schal. Und Mütze noch im Notfall. Eine Jogginghose? Eine Jogginghose. Jogginghose. Top Idee. Jogginghose. Ist eine Jogginghose. Was ist das für ein Tier? Auf einem Teller ist es nicht. Auf einem Teller ist es nicht, oder? Und wie fühlt es sich an? Puh. Ist unten irgendwas? Ja, beschreib es mir mit Worten. Schau mal, das steht doch hier. Das kann doch stehen. Ist irgendwas zum Stehen. Das ist vielleicht sogar das KSC-Logo, das man so irgendwo hinstellen kann. Oh, das könnte gut sein, oder? Guck mal, das ist doch so weit hier mit dem KSC. Fass mal hier drum, das ist doch so ein KSC-Logo zum Stehen, oder? Oder so eine Lampe. Oder? Ähm, Frühstücksbrettchen. Ne, weil es steht auf irgendwas und man kann es so drehen. Ja, aber hier unten, guck mal, fass mal hier unten ab. Ne? Das ist so eine Karte oder so. Ja, aber das ist doch die Verpackung bestimmt, oder? Mhm, ich glaube nicht. Also, ja, klar. Könnte sein, aber ich weiß nicht. Aber das, was oben drauf ist. Das haben wir es verbrochen. Guck. Das haben wir es verbrochen. Ja, ist doch egal. Das ist nicht befestigt. Sicher? Ja. Guck, hier kannst du dazwischen fassen. Aber ich überlege gerade. Ich habe ja schon im Fanshop Sachen verkauft, ne? Ich bin ja da gewieft. Keine Ahnung. Was gab es denn da alles? Gab es das im Fanshop, als ich es verkauft habe? Ja. Luki, komm, wir nehmen eine Lampe. Ist keine Lampe, aber okay, komm, dass wir jetzt vorankommen. Keine Ahnung. Also ich hätte, wie gesagt, auf irgendwie so ein KSC-Logo oder sowas getippt, was man so hinstellen kann. Und? Ist das ein Pulli oder eine Jacke oder sowas? Letzter? Letzter, ja. Na gut. Hier haben wir ein Trikot-Set. Hier haben wir ein Trikot-Set. Ja. Du denkst nicht, das ist zu groß? Könnte ein Pulli sein. Ja, ein Pulli. Oder? Geht nochmal. Aber in T-Dex Größe. Das kann schon ein Trikot sein. Ja, das könnte auf jeden Fall ein Trikot-Set sein. Ja, ich hab nichts gehört. Ja. Alternative zum Pulli? Ich weiß es doch nicht. Ja, eine Pulli. Oder eine Decke? Nee. Weiß nicht. Nee, wir nehmen einen Pulli. Boah, das ist aber schwer für einen Pulli, ne? Nee, ist ein Pulli. Waren wir gut? Ach, wow. Ja, so unnötig. Punkt 1 für uns. Da soll ich auch keinen Bock mehr. Ah, guck mal. Drei Trikots. Na ja, klar, das ist… Klar. Ja, also ihr habt Ideen. Das ist ja genauso… Das ist Beshmu, ey. Ja, wirklich. So Winterpaket praktisch. Warte mal. Echt? Ich sag's, das ist auch besser. Hast du gehofft? Ich hab extra noch Mütze dazugegeben. Ach so, nur Mützen? Nur Mützen. Ja, ich hab Mütze doch gesagt, ne? Ich kann ja keine Ahnen, dass ihr da mehrere Mützen reinkommt. Ja, aber Moment mal. Das ist auch unfair, ne? Das war dein. Boah, ey, das war ein fieses Ding. Aber ich glaube, das ist irgendwas für Aufstellen. Ich hab mal überlegt, vielleicht Uhr. Haha, ey. Also… Wow. Das gibt einen extra Punkt, oder? Ne Lampe? Ne Lampe, hab ich doch gesagt. Was war das? Was war da? Da wollten sie uns wieder hinters Licht führen. Hier, mit Sonnenschall. Einfach ein Stück Pappe reingepackt. Die sind genauso gefühlskalt in den Händen, in den Fuß. Aber ihr könnt natürlich ohne Probleme die beiden noch schlagen. Ja. Ach so, es geht weiter. Ihr habt das alles ausgepackt? Äh… Nein, nicht einfach. Ihr müsst es auch wieder genauso einpacken. Nein, ich kann nicht einpacken. Marvin hat hier ein bisschen was vorgebracht. Nein! 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 Nee! Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020